Hallo liebe FCC, wir wollen euch ein kurzes Update geben über die aktuellen Entwicklungen in unserer Kirche. Wie ihr wisst, sitzen wir alle in einem neuen Lockdown, denn November hat wieder neue Einschränkungen mit sich gebracht und das betrifft uns auch als Kirche. Wir wollen uns freiwillig mit einschränken und Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und wir haben lange gerungen mit uns, wie können wir das machen. Wie ihr wisst, haben wir dieses Format, dass wir Livestream-Gottesdienste haben und wir eine eingeschränkte Zahl von Besuchern aufnehmen konnten und wir haben uns nach schwerem Ringen dazu entschlossen, dass wir Besucher im November nicht mehr zulassen können zu den Livestream-Gottesdiensten. Das heißt, wir behalten das Format und einer Gruppe von circa 10 bis 15 Leuten zeichnen wir diese Gottesdienste auf und übertragen sie live. Und das wird auch weiterhin so sein, aber für die Dauer der nächsten vier Wochen können wir leider keine Besucher in unsere Räume lassen. Wir glauben, dass das ein Kompromiss ist, dass das unser Beitrag sein kann, uns solidarisch zu zeigen mit allen anderen Feldern in der Gesellschaft, wo Einschränkungen gerade herrschen und dass wir das auch verantworten können, so weiter Gottesdienste zu feiern. Wir brauchen diese Gottesdienste, wir lieben diese Gottesdienste, wir wissen, dass es weit entfernt ist von dem Ideal, was wir uns alle wünschen, aber sind froh, dass wir das so noch durchführen können. Wir haben eine Predigtreihe, die heißt Endlich gute Neuigkeiten und das hört sich irgendwie überhaupt nicht an wie gute Neuigkeiten, aber was wir hier im Ringen, im Staff, im Leitungsteam auch gemerkt haben, ist, dass die guten Neuigkeiten des Evangeliums bleiben bestehen. Wir bleiben Kirche, wir bleiben Kirche für die Stadt, auch wenn wir zum ersten Mal in unserer Geschichte erleben, dass wir vieles von dem, was wir gewohnt sind, nicht mehr machen können. Es fühlt sich für uns so an, als würden uns die Werkzeuge aus der Hand genommen, wie wir Kirche gestalten und alles ist neu, alles ist ungewohnt, aber umso mehr sehen wir daran auch eine Chance oder wollen auch gemeinsam das als Chance ergreifen zu sehen, wir bleiben Kirche. Das Evangelium hört nicht auf, gute Botschaft zu sein, Gott hört nicht auf, souverän zu sein und das wollen wir auch in den kommenden Wochen mehr und mehr in den Blick bekommen. Wir gehen auch auf die Adventszeit zu und planen jetzt schon, wie wir ein Stück von dem Gemeinschaftsgefühl, ein Stück von der Botschaft lebendig machen können für uns alle. Wie das passiert, wissen wir alle selber nicht. Es ist ein von Tag zu Tag Nachspüren von dem, was möglich ist. Aber wir wollen euch einfach hier auch wissen lassen, dass wir an euch denken, dass wir uns verbunden fühlen, auch mit denen, die wir schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen haben. Wir hoffen, dass ihr diese Liebe auch spürt, dass wir diese Gemeinschaft auch weiter aufrechterhalten können, mit diesen kleinen Mitteln, die wir haben, die Livestream-Formate, die Zoom-Lounges, die Telefonanrufe zwischen euch. Habt einander weiterhin im Blick, kümmert euch auch um die, die in euren Häusern wohnen, die Nachbarn, die einsam sind. Habt einen Blick auf die anderen. David hat am Sonntag gepredigt über Kirche in der Stadt sein und das Du zuerst setzen. Lass uns das gemeinsam leben in diesen kommenden Wochen, auch in dieser ungewohnten Situation. In diesem Sinne, bleibt hoffnungsvoll und wir sehen uns spätestens im Livestream am Sonntag. Bis dahin.